herzlich willkommen zu genshin impact weiß gar nicht mehr wo wir zuletzt aufgehört haben ich glaube ich mag tatsächlich das müssen da wird sehen sein machen wir das mal wieder an die steuern gewöhnt ja Oh. 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 Doctr?! Leave it all to me, as a dootable maid would. Oh. Bumpa. Oh, wonderful! Ja, sorry, ich bin noch nicht richtig drin in den ganzen Gap. Heute ist doch extrem heiß, Mann. Stimmt, das wollten wir ja noch machen. Äh... Dann... ...cadopot, wir uns mal... ...nach da. Jo. Dann werden wir mal ein bisschen Kaya helfen. Kann ich meinen Namen ändern? Äh... Sie sollen jetzt alle relevanten, äh... ...informationen haben und trotzdem ignorieren sie ja. Oh, hallo Reisner. Äh... Was hast du eben vor dich hingemogelt? Ah, Sarah will nur gegen Peperoni aus Lira importieren. Sie sollen so scharf sein, dass selbst Barbara es nicht aushält. Barbara liebt scharfes Essen. Ich bin davon überzeugt, dass, äh... ...86 der, äh... ...prozent der Leute in Mondstadt, ...Potostadt-Reihen gar nichts damit anfangen können. All... ...nach all den Mühen, Peperoni-Sympathien könnten wir sie nicht da immer verkaufen. Barbara mag scharfes Essen. Was? Du weißt es gar nicht? Aber ich dachte, jeder in Mondstadt wüsste davon. Sehen wir mal mehr Dinge, die, äh... ...jeder in Mondstadt, äh, weiß. Wir sehen davon, dann... ...vor den politischen Motiven war auch... ...eine Direktion von, äh, Händlern aus Schnesnaya dabei. Sie brachten Feuerwasser mit. Eine alkoholische Spezialität aus Schnesnaya, Wotja, äh... ...welche dabei helfen soll, äh, Handelsbeziehungen zum Weingut Morgenröte aufzubauen. Der Look arrangiert auf seinen Weingut Morgenröte ein Bankett zu Ehren seiner Gäste. Geht ein Becher voll mit Feuerwasser ehrwürdig in die Höhe, ...bad Markt den Becher der Gäste stetig mit den besten Löwenzahn-Schnapser zu füllen. Soviel ich halt folgte Deduk den Gebräuchen aus Schnesnaya und leerte Glas mit Feuerwasser in Einzug. Den Gästen aus Schnesnaya gefiel seine elegante Geste, wie man ihre Komplimente entnehmen konnte. Deduk nickte und... ...hiel nur höflich, doch... ...nur wenige Momente später bekam sich die Welt um ihn herum zu drehen. Deduk schaffte es, das ganze Paket über die Fassung zu bewahren. Als die Festlichkeiten jedoch vorbei waren, verbrachte er die nächsten drei Tage mit einem heftigen Kater in seinen Gemächern. Jeder von Weingut Morgenröte machte sich Sorgen. Ob Deduk nicht den Plan der Delegation aus Schnesnaya zum Befall gefallen war, ...Deluks Assistentin Elden blieb. Was sich hier versicherte allen jedoch, dass Mr. Deduk bald wieder wohl auch sei. Sie habe noch nie jemanden so betrunken erlebt. Deduks erste Handlung nach dem Erwachen war das Ablehnen einer Handelskooperation. Naja, der Vertrag ist doch kein Mondstädtler. Ah... Barbara mag scharfes Essen und D-Lok kann kein Wodka trinken. Gut zu wissen. Hallo, Kaya. Das ist schlecht. So ein Husten. Was werde ich tun? Was werde ich tun? Oh, danke den 1000 Winden. Deine Erwachen muss sein, die Gäste der Gäste. Wenn ich mich fragen, Envoy von der Gäste der Gäste, um zu retten zu retten zu retten, kann man einen Moment geben? Eww. Entschuldigung. Ich kann nicht meine Freunde hören. Ich kann nicht mehr Hilfe von jemandem, sondern du. Please. Let's move to somewhere more fit for such conversations. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with me. What's with the sneakiness? Der Bruder hat Pläne. Der Bruder hat Pläne. Der BruderA Oh! And kind of design aimeing children inheriting their hairstyles from their parents. Yesterday I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the Lost Arcadian Ruins. Treasure!!! But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasure!!! Kaio, was kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. Naja, ob man das so glauben kann? These incredibly thrilling adventures are romances that could only be told by pirates. Holy moly! That's just insane! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. You just rest assured that we are here to help. Wow. Ja. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Hey, so what do you think? Isn't it exciting? We're talking about a super, super powerful sword. Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The adventurers should know more about the ruins, right? I'll wait for the Adventurers to see if we can find out more about the Adventurers Guild and see if we can find out more about the Adventurers Guild. Hey, kiddo. Welcome to the Adventurers Guild. Hm. We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill eight-headed Banshees and silver-haired Hydras. It's super, mega, uber powerful. That was a very good idea. It's fine, as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Arcadian ruins. Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. Oh, my intel? Well... Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Gaia first. Oh, we're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventurers Guild and found... Well... Nothing. Wir haben eine Person gefragt, Digger. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that... What's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate Black Market Intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, now, as per the Black Market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the whispering woods. Then what are we waiting here for? Er... Sollte lieber nicht persönlich hingehen. That's right. You read my mind. I am a knight, so I shouldn't have any dealings with the Black Market. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles. By the knights. Oh, no problemo. Well, we're well. Well, we're well. Well, we're well. Well, we're well.